Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Der April ist gerade zu Ende gegangen und April, das wäre eigentlich der Monat gewesen für das Mecker der Industrievernetzung. Auf der Hannover Messe Industrie wollten Hersteller von Robotern und allerlei andere Industrieausrüster zeigen, was Stand der Technik ist. Daraus wurde bekanntlich nichts, doch natürlich wurden wieder Innovationen entwickelt, die hätten gezeigt werden sollen. Eine davon namens Echoring soll Mensch und Maschine sowie Maschinen untereinander nicht nur mit der geringstmöglichen Verzögerung, sondern vor allem kabellos vernetzen. Was das mit Echoring-Aussicht hat, das hat sich mein Kollege Jan Rehm in Berlin erklären lassen. Jan, wie funktioniert denn Industrievernetzung bisher und was soll Echoring anders machen? In der Industrie, Manfred, kommen heute verschiedenste Techniken zum Einsatz, kabellos wie kabelgebunden, um es sozusagen einmal oberflächlich zu beschreiben. Aber da, wo es immer noch besonders verlässliche Kommunikation braucht, da wird verkabelt, wie teilweise bei Robotern. Ein solcher wird beispielsweise vom Menschen über spezielle Terminals angelernt und die sind aus Sicherheitsgründen per Kabel verbunden. Und dieses Kabel, das ist nicht nur dick und sperrig, es ist im wahrsten Sinne des Wortes nur wenig flexibel. Funk geht da bisher nicht, weil zu jeder Zeit die Verbindung 100% verlässlich und extrem reaktionsschnell sein muss. Nämlich für den Fall, dass irgendwas beim Anlernen des Roboters zum Beispiel schief gelaufen ist und der Bediener den Notausknopf drückt. Das muss sofort umgesetzt werden und das klappt mit Funk eher nicht. Eine recht neue Lösung greift dafür auf das alte Verfahren des Token Rings zurück, der nicht nur per Kabel, sondern jetzt auch per Funk funktionieren soll. Nach dem zugrunde liegenden Verfahren haben die Entwickler ihre Technik Echoring, also Echoring im Englischen getauft und wollen sozusagen mit diesem Ringfunk die Roboter von der Leine lassen. Ja, und wie das aussehen soll, wenn die Roboter von der Leine gelassen werden sollen, per Funk, das hören Sie jetzt. Digitale Netze wie das heimische haben ein Problem. Ab und an gehen Datenpakete verloren. Kommen sie nicht an, schickt der Sender, ganz vereinfacht beschrieben, so lange neue Pakete, bis der Empfänger den ordnungsgemäßen Empfang quittiert. Kabelverbindungen sind dabei besser als kabellose, die stark von äußeren Einflüssen abhängig sind. Aber beiden Verbindungsarten ist gemein, der Paketverlust kostet Zeit und senkt die Verlässlichkeit. In der Industrie kommen deshalb hochverlässliche und nahezu verzögerungsfreie Techniken zum Einsatz, allesamt noch verkabelt. Nur so kann die Datenübertragung mit eben diesen Merkmalen garantiert werden. Drahtlose Systeme konnten das bislang nicht, erklärt Matthias Borge von R3 Communications. Und das Problem mit einer sicheren Kommunikation über einen unsicheren Kanal ist natürlich schwierig zu lösen. Und das heißt, ich brauche eine Übertragungstechnologie, die in der Lage ist, mir eine Basis zu schaffen, sodass die Daten, die ich absetze, auch wirklich ankommen. Eine Lösung? Die funkbasierte Technologie Echo Ring. Dazu gehört auch das Konzept der massiven Kooperation. Alle Teilnehmer in einem Funknetzwerk können einander helfen. Und an jeder Übertragung ist mindestens ein weiterer Partner beteiligt. Die Verbindung wird also doppelt abgesichert. In dem Moment, wenn der eigentliche Link zusammenbricht, also die Verbindung zwischen dem Sender und dem Empfänger, dann kann einer der Partner einspringen und sagen, pass auf, ich weiß auch, was du hören möchtest oder was für Infos du brauchst. Ich schicke dir das jetzt nochmal quasi als Echo. Daher kommt auch der Begriff Echo Ring. Der Ring ist die zweite Namenskomponente. Diese leitet sich vom Vorbild des Token Ring Verfahrens ab. Einem recht alten Netzwerkkonzept. Dabei wird die Kommunikation auf einem Kanal durch einen sogenannten Token gesteuert. Nur wer den Token gerade hat, darf für eine festgelegte Zeit kommunizieren. Bei Verfahren wie dem Ethernet sprechen die Teilnehmer schon einmal durcheinander und warten dann zufallsgesteuert, bis der Kanal wieder frei ist. Das Token-Verfahren ist also planbarer. Allerdings galt es bisher als recht langsam und an ein Kabel gebunden. Doch Echo Ring nutzt das Prinzip in einem logischen, also virtuellen Ring. Damit bekommen die Entwickler berechenbare Signallaufzeiten im Funknetz. Und es gibt noch eine dritte Maßnahme für hohe Verlässlichkeit, beschreibt Matthias Boge. Das ganze System funktioniert so, dass die ganze Zeit, zu jedem Zeitpunkt die Kanaldaten mitgemessen werden und es immer Updates darüber gibt, wer für mich der geeignetste Partner ist mit jeder einzelnen Zirkulation im Ring. Und basierend auf diesen Daten wird für jede einzelne Übertragung ausgesucht, wer wäre jetzt der beste Partner für mich. Dass auch in einem hochentwickelten, tokenbasierten System Datenpakete verloren gehen können, Das merkt Eckhard Gras vom Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik in Frankfurt-Oder an. Das ist natürlich auch dann kritisch und kann die Latenz erhöhen, die sich in so einem System dann entwickelt. Es wird allerdings von Echo Ring hier eine spezielle Technologie erwähnt, mit der sie dann solche Situationen erkennen und dann also neue Token generieren. Das, denke ich mal, ist sicherlich eine notwendige Sache, so dann mit diesen speziellen Technologien da ranzugehen. Und ich gehe davon aus, dass das auch gut funktioniert. Ein bisschen eine Kritik an dem Token Ring ist natürlich, dass der nicht besonders gut skaliert. Also wenn man da sehr viele Teilnehmer hat, dann wird natürlich durch diese Token Holding Zeit die Latenz insgesamt relativ groß. Dieses Problem haben die Entwickler bedacht und die Größe eines einzelnen Echo Rings auf maximal 20 Teilnehmer begrenzt. Per Roaming, also dem gesteuerten Übergang zwischen verschiedenen Netzzellen, können zum Beispiel autonom agierende Transportwagen komplexere Netze durchfahren und trotzdem jederzeit in verlässlichem Funkkontakt bleiben. Ein weiteres Problem sieht Gras aber bei den Funktechnologien an sich oder genauer bei den Frequenzbändern. Also ich glaube, das Protokoll ist ganz okay und ganz effizient für so eine industrielle Umgebung und für hohe Zuverlässigkeit und geringe Latenz, sondern eher aus dem Physical Layer heraus, also sprich aus dem Frequenzbereich, der benutzt wurde, für die Systeme, die da beschrieben sind und aus den damit verbundenen Problemen. Die Probleme, die da Professor Eckhard Gras am Ende des Beitrags angesprochen hat, Jan, wie sehen die konkret aus? Ja, in einem der wenigen öffentlich zugänglichen Papers zu Echo Ring wird als ein Funkbereich der Bereich um 5,7 Gigahertz genannt, der teils noch zum für WLAN genutzten Spektrum gehört, teils zum für Kurzstreckenfunkgeräte genutzten Bereich. Und hier merkt Professor Gras an, dass es zu Problemen wie Interferenzen und anderen Störungen kommen kann, wenn sich dieses Band dann irgendwann mal so führt, wie wir es heute schon im Bereich bei 2,4 Gigahertz zu Genüge kennen. Echo Ring, so sagen die Entwickler, arbeitet deswegen nicht nur in den WLAN-Bändern, sondern auch in einigen weiteren, wie eben dem genannten SDR-Band, knapp über dem WLAN-Band. Und Echo Ring soll zukünftig auch in den sogenannten Campusnetzen des 5G-Mobilfunks in den Frequenzbereichen zwischen 3,7 und 3,8 Gigahertz einsetzbar sein. Dazu laufen jetzt schon Pilotprojekte. Das Gute daran, ein solches Campusnetz baut ein Unternehmen, z.B. ein Fabrikbetreiber, lokal exklusiv auf und kann damit sehr, sehr gut steuern, wie voll das entsprechende Frequenzband vor Ort sein wird. Grundsätzlich kann die Echo Ring-Technologie auf Basis verschiedenster Funktechnologien aufgebaut werden und ist damit sehr flexibel einsetzbar. Und wie komplex ist Echo Ring aufgebaut? Rein technische Neugier, in welcher Schicht des ISO-Schichtmodells ist es anzusiedeln? Also die Entwickler betonen, dass sie auf robuste, nicht zu komplexe Technik aufsetzen, wie eben Token Ring oder auch die Hardware-Implementierung, die auf bestehenden Funkschips aufsetzt. Dementsprechend sei die Technologie in Sachen Komplexität sehr gut beherrschbar. Echo Ring an sich sitzt auf Schicht 2 und ist für alle darüber liegenden Schichten, wie der Transport- oder der Anwendungsschicht, komplett transparent. Doch ein Wort dazu, wo denn Echo Ring eingesetzt werden soll oder wo das Ganze ja schon in Aktion ist. Ja, das Unternehmen arbeitet mit einem großen Roboterhersteller bereits zusammen und ist auch bei einem großen Autokonzern am Test. Theoretisch kann Echo Ring verkabelte Verbindungen auch dort ersetzen, wo nicht zu viele Geräte miteinander, aber dafür extrem schnell, man spricht von Echtzeit und extrem verlässlich kommunizieren müssen. Und das können eben Roboter jeder Art sein, autonom agierende Fördersysteme oder ähnliches. Gespräche und Planungen gäbe es wohl auch im Bereich der Luftfahrt zum Einsatz der Technologie an Bord von Flugzeugen, um dort eine weitere Kommunikationsstruktur parallel zur Kabelgebundenen aufzubauen, um die Redundanz, sprich Ausfallsicherheit von Systemen zu erhöhen. Über Echo Ring eine neue Funktechnologie für Industrienetze berichtete Jan Rehm. Danke.